hey leute willkommen zu einem neuen koop let's play endlich mal wieder zu einem koop let's play und mit und wir zocken unser erstes jrpg im koop glaube ich glaube ich auch also meins ist auch nicht dein erstes jrpg du bist ja auch eigentlich gewohnt an die final fantasy und persona reihe ja vor allen dingen letztens habe ich erst persona 4 wieder durchgespielt und lieber da kann man als erinnerung wieder hoch ich habe nichts gedrückt ich habe nichts gedrückt ich schwere es soll die intro katze ja also gut wir starten auf jeden fall ja ich akzeptiere irgendwas ja ich tue das auch aber wir werden japanisches in graben genau das hat er sich hier gewinnt aber ganz ehrlich ich finde es auch nicht so schlimm machen wir es halt mal und mir ich höre doch der animierstil ja das auf jeden fall von starten spiels einstellen konnte textgeschwindigkeit normal kampfschwierigkeit was erstmal normal oder habe ich glaube man kann es glaube ich gar nicht ändern das war lieber leicht machen bevor wir irgendwann nicht mehr weiterkommen ich bin nämlich immer so also wenn dran steht dass man umstellen kann mache ich es immer normal aber wenn es nicht dran steht dann mache ich immer leicht weil ich dann denke okay vielleicht gibt es irgendwann einfach ein ding kampf wo ich nicht weiterkommen habe ich keinen bock dann also das hat noch mal die kreis das ist eine konfiguration lautstärke so und effekte er ist schon zu leise finde ich so die kampf kommentare kommen lautstärke film plauderei plauderei wahrscheinlich einfach nur so berg ich weiß objekt anfragen machen wir zwei leise aber auf film kommen auf den kampf kommentaren objekt anfragen was ist das weiß es nicht warte stelle ein mit welcher reaktion du auf die objekt anfrage eines freundes antworten kannst was keine ahnung ich habe keine ahnung wahrscheinlich nur so zusatz kann man auch wahrscheinlich nach erinnern auch einfach erlauben haben die kamera schlacht fest was ist hier los da kommt ja alles schriftart keine ahnung typ aha machen wir aktivieren mal die anderen um zu schauen wie die aussehen die war starten vielleicht sogar zählen ich gebe gleich zählen spiel starten 3 4 4 4 5 5 6 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da innerhalb des ZDF für funk, 2017 Warum? Wie wird diese Stadt geschehen? Das war's. Wir fangen hier an und irgendwas scheint nicht gut zu sein. Ich muss die Textgeschwindigkeit machen. Das ist viel zu langsam. Die sind ja schon lange fertig. Das ist ja japanisch. Ich weiß. Aber das Zeil von Wolf gefällt mir. Ja. 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 okay cool ich bin im gameplay jetzt warte mal okay hier ist mini ich muss mich kapitel an anstellung das ist eine pfanne option wo recht noch mal noch mal perfekt spiel speichern und mittelbar wird wahrscheinlich direkt angezeigt das akubalistia ist kaputt gegangen das überrascht mich ganz und gar nicht uns in der unterstadt gönnt man eben nur alte ausgediente ball last ja wahrscheinlich mit magien gegenstand die 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 Herr, ich bin der Hanks. Ich bin der Verantwortung, ich bin der Karte. Ich habe mich in der Karte, und ich bin der Karte. Ich habe das Gefühl, dass der Karte nicht so gut ist. Ich bin der Karte, dass die Karte nicht so gut ist. Ich bin der Karte. Ich habe auch noch die Harte, die ich selbst verletze, und ich bin der Karte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. alltag in der unterstadt steht da unten links vom hand der zecke rumgeschleudert ich glaube schon ja woher kommen die im berlin das sieht auch schön aus weiß nicht ganz ob das berlin ist aber berlin ist schon schön mich mit meinem schatz im armen in einer schönen stadt ganz ohne sorgen zu entspannen es ist überhaupt erlaubt so glücklich zu sein und jetzt geht ins gefängnis gibt mal glück ab kennst du das sprichwort wem es an würde fehlt dem fehlt es an menschlichkeit natürlich kennst du es nicht schließlich haben solche leute wie du gar keine bildung entschuldige bitte woher wusstest du das woher wusstest du das erkennt man das so sehr ich meine ich habe ich meine ich habe gar keine bildung ich weiß gar nicht was ein friseur eine ich habe zu aber hier ist es kein wunderschöner ich bin Wundercheche ich ziehe die erzähle ich oft den amk ich habe die eclipse immer und nicht gekocht einen sieben und ich kann keine ich kannst ich kann ich bin ich kann woher ich bin ich bin ich понимаю ich habe ich kann ich war ich kann Ein Wunder-Almanach? Ein von Wunderreporter erhaltenes Sammelalbum mit Artikeln, folge deinen eigenen Spuren. Mit dem Wunder-Almanach kannst du auf die Überschreitungen... Achso, okay. Was ist ein Bibliotheksmenü? Geh mal auf Menü. Ach, falsch. Da stand mal Bibliothek bei einem. Das ist da. Das hier? Mhm. Okay. Das ist so weird, weil Optimus ist gar nicht Option. Dreieck. Optimus ist Pause. Die kenne ich die Weise auch. Zu oft. Ich bin tatsächlich richtig gelaufen. Ja. Ich habe das alles geholfen und habe die Verkaufsprecher. Ja. Ich habe das Geld, um zu verkaufen, um Geld zu verdienen. Das ist das Geld? Was ist das? Das ist das Geld, das Geld. Das Geld. Das ist das Geld, um ein Geld. Das ist das Geld. Was ist das Geld? Kannst du den Hund spielen? Muss ich es ausprobieren? Ich probiere es mal kurz aus. der stand hat die jetzt k.o. gemacht drei noch eine rüstung aus dem grund wir haben da die haben da ein loch ein ein loch drin den hat er getroffen das weg getroffen das waren drei jetzt mal und ist der weg war es immer pfeile waren so langweilig oh hi muss kurz was ausprobieren wo gibt es überhaupt die charaktere kampfstrategie also charakter details gruppe bearbeiten also wechseln wir haben einfach gar keine gruppen wir haben nur ein charakter ich habe einen weg gefunden langsam zu laufen und ich weiß nicht wie man sprint dass wir spiel kann man nicht sprinten ey boss wir brauchen noch einen sprint button wie ein sprint button ach so was ihr braucht einen langsam gehen button nein ein sprint button ok langsam gehen button hier oder was also langsam gehen button ist ja auch wichtig vielleicht braucht man bei einem brete vielleicht so langsam das gehen es wird wahrscheinlich einen anderen eingang geben das ist immer so wenn zum beispiel sagt so hat vielleicht finden wir den schlüssel hier irgendwo rumliegen natürlich weil ich den ach so was hier moment durchs fenster ja eigentlich dachte ich kann hier runter ne warte gehen wir mal auf die rechte seite vielleicht war kennst du da was ne rechts hab ich gesagt was rechts hier noch prüfen oh hab ich doch gesagt ich hab gekaut ja du weißt halt was im busch liegt hier was 100 galt noch mal magische was ist über das magische auge ich werde kurz nachgucken wo gibt es die items ausrüstung wahrscheinlich objekte eine mysteriöse linse die teils eines gegners auf analysieren ich hätte mal aber hier in diesem gebäude komplett über die protokollistin also die helden mann es gibt eine helden ich hätte keine ich weiß die historie aber ich habe so ein gefühl es geht nicht auf was kann ich machen gegen treten schwer zu täglich schlagen oder einfach davor stehen und warten bis jemand reinkommt wussi otaから発見 omae mordiio da na Schön, dass er unser Titel hat. Was? Wo müssen wir jetzt? So heiß der Hund. Was? Rausgehen? Rausgehen. Ach, rausgehen. Hier, direkt. Vorne. Hier? Ja. Ja. Ich wollte ja wieder aus das Fenster springen. Wir brauchen schon Türen. Oh. Oh, kommt jetzt ein Kampf. Was? Wo alles in die Schlechtsegelung. Hä, wieso ich bin die voll hot? Ja. Voll gut aussehen. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Und jetzt... Und die Worte, ich glaube, als die General-Tistemie, kennen wir, die Bekannte. Vor allem von klein. Und ja, es ist ein Kampf. ich weiß gar nicht was ich machen kann überhaupt was habe ich überhaupt für was macht ihr denn bei diesem kampf ist die steuerung auf halbautomatisch eingestellt was halbautomatisch vorwärts oder rückwärts bewegt was zum teufel ach gott was ist denn das was ist das denn nein das muss man anders einstellen auf ein gegner ziel mit der 1 ziel wechsel mit ok während er 1 gehalten wird okay und die richtung des anvisierten gegners bewegen frei bewegen mit l2 und scheiße das wird das wird was ich habe doch gesagt wir streiten wir zuerst gefördert werden sollte so glaubst du gewöhnliche angriffe aussehen mit kreis angriffe können auch mit auch mit kreis ausgeführt ach sag bloß normale angriffe mit kreis ausführen angriffe können auch mit kreis ausgeführt werden wäre mal so wenn man sich so interessant das ist sehr interessant während des bewegens mit l2 und lk wechselt das ziel automatisch zum angegriffenen gegner ich weiß kenne ich so auch noch gar nicht das heißt aber bedrohlich auch verteidigung andere können mit vier ab abgewährt werden nein ein schaden das ist wirklich nichts passiert es fliegt zu boden du magst es so einen angriff abzuhören also was arte angriffe wahrscheinlich spezielle kommen wir mit einem gewöhnlichen angriff gefolgt von einem arte angriff das war scheiße du kannst dich mal gar die kombos machen weil es so lange dauert du kannst dich krass kombos machen weil es nämlich ein bisschen dauert wenn die kaiserliche ritter sind dann ist es eh schon verloren auch selbst und nicht blocken einschauen ja es ist vielleicht welchen gegner spiel das ist los ich habe gegen der kopf gespielen wahrscheinlich deswegen ist auch so schnell geschoben angriff das ganze system ist ein bisschen das wird das wird aber das wird jennings bedürftige ja das ding ist das wird im co das wird auch wenn du mehr charaktere hast du noch mehr auch besser sein weil wenn du alleine das ist immer kacke das war aber auch etwas schwieriger waren am anfang was war das bisschen schwieriger bei trails of mana kong na kong man 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 Ach Sir! Was sagst du? Ich habe das Gefühl, dass er ein Antagonist oder ein Protagonist werden könnte. Ist der in Pinger Rüstung. Ist der in Pinger Rüstung eher gesagt. Ich bin sehr viel, aber ich werde ein wenig spielen. Ich will nicht mit dir spielen. Du klingst pervers. Ich bin sehr viel, dass ich mich nicht mehr so viel anbauen muss. Wenn ich mich nicht mehr so gut aufbauen kann, dann schau ich mich immer wieder an. Wenn ich mich nicht mehr so gut aufbauen kann, dann kann ich mich nicht mehr anbauen. Ich weiß es. Die Hörger haben auch getrunken. Die Hörger haben auch wieder zurückgebracht. Das ist das, was der Manns-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel-Menschel. Das ist ein Geist. Böse! Das ist nur ein Thema. Der Schilder Schilder ist, dass er sich an den Schleuchern aussehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017